Was ist eine Anweisung? Definitionsgemäß ist eine Anweisung eine Vorschrift zur Verarbeitung von Daten. Dabei kann man verschiedene Typen von Anweisungen unterscheiden. Elementare Anweisungen, also beispielsweise war das ja im Hamstermodell, die Grundbefehle vor, links, um, nehm und gib. Zusammengesetzte Anweisungen, das heißt beispielsweise Blockanweisungen. Oder auch Anweisungen zur Ablaufsteuerung, Kontrollstrukturen wie die IF-Anweisung oder die WAL-Anweisung. Letztendlich sind Anweisungen das Grundkonzept der imperativen Programmierung. Denn imperative Programmierung kann man auch definieren als die Abarbeitung von Anweisungen. Im Allgemeinen sequenziell oder über Kontrollstrukturen gesteuert in einer bestimmten Reihenfolge.